So Leute, die erste Gun Game Runde, beziehungsweise Waffenspiel Runde in COD WW2 auf der USS Texas. Gun Game kam heute frisch raus und da sieht man direkt, wie die hinter mir spawnen, das finde ich schon etwas fragwürdig. Aber hey, Gun Game kennen wir ja schon aus anderen Call of Duties und ich muss sagen, Gun Game ist ein Spielmodus, den ich nie gespielt habe, so wirklich. Ab und an, ja, aber eher selten. Gun Game hat mich nie gereizt, das zu machen und ab und zu kommt meine Zensiereule hervor, also wie ihr gerade gesehen habt, mein Zensierpad. Es liegt daran, dass diese Person Symbole und Zeichen in seinem Emblem hat, die man hier in Deutschland nicht unbedingt haben sollte. Deswegen kommt die Zensiereule und zensiert. Auf jeden Fall, es ist meine zweite Gun Game Runde. Und auch gleichzeitig meine beste Gun Game Runde, die ich je gespielt habe. Das muss ich ehrlich sagen, also ich habe noch nie so ein gutes Gun Game gespielt, wie hier. In keinem anderen COD. Ich habe noch in keinem anderen COD, also COD, jemals so eine geile Gun Game Runde gehabt. Und das muss schon was heißen, da ich, na gut, ich habe in manchen COD-Teilen doch bis zu 5, 6 Stunden ein Gun Game verbracht, weil halt Freunde von mir das super toll fanden und ich eigentlich eher so, naja, aber ich wollte halt nicht alleine spielen. Und deswegen, was ich aber hier sagen kann, ist, dass die Spawns, ähm, so lala sind. Man spawnt zu oft direkt hinter einem Gegner, wie man ja auch am Anfang gesehen hat, der spawnt direkt hinter mir. Er hätte mich einfach weggucken können, hätte er besser aufgepasst. Die Spawns sind also so lala, muss ich sagen, die Spawns sind so lala, aber ich mag... Ich mag den sonst eigentlich den Spielmodus, sonst finde ich es eigentlich ganz gut. Es ist echt nur die Spawns, die mich etwas stören und halt auf der Map Adenn Forest campen immer Leute in der Ruine. Das nervt etwas, dass es auch zu viele Camper gibt. Also negative Sachen in Gun Game sind einfach die Camper und die, ähm, Spawns, während die positiven Sachen eigentlich alles andere ist. Dieser Spielmodus ist für zwischendurch, wenn man mal, äh, einfach nur ein bisschen entspannen möchte vom normalen COD-Alltag, richtig geil. Und, naja, gut, ich kriege zwar ein paar Tode rein, ist natürlich auch nicht so tragisch, aber, ja, ich bin sonst ganz gut. Ich hänge, ich bin zwar hinten, aber läuft bei mir, ne? Auf jeden Fall, es ist zum Entspannen zwischen dem normalen COD-Alltag immer mal wieder nice. Einfach mal eine Runde Gun Game oder irgendwas anderes und man kann einfach abschalten, ein bisschen rumballern, verschiedene Waffen dadurch auch mal testen mit verschiedenen Aufsätzen. Das finde ich auch immer recht interessant bei Gun Game, verschiedenste Sachen zu sehen, welche man normalerweise vielleicht nicht spielen würde. In einem anderen Gun Game hatten wir eine Bar mit Vierfach-Scope und normalerweise würde ich eine Bar mit Vierfach nicht spielen, aber das hat mir echt Spaß gemacht. Und ich muss auch sagen, hier endet jetzt auch jede Sekunde diese Gun Game Runde. Wir sind bei der vorletzten Waffe, bei der letzten Waffe und da haben wir unseren letzten Kill gemacht. Also, ihr wisst ja, wie es läuft. Daumen nach oben oder nach unten, je nachdem, wie ihr es fandet. Ein Kommentar wäre natürlich auch geil mit Kritik, natürlich. Und für die ganz Mutigen, ihr könnt mich gerne noch abonnieren. Und sonst wünsche ich euch einfach einen wunderschönen Tag, Abend oder Wochenende oder je nachdem, was gerade bei euch so abgeht. Also, euer Remske, haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.